hallo da bin ich wieder eure sandora und diesmal wieder mit pixel rip 1989 mit sie ist auch wieder mit am start der tannebaum steht noch es ist alles festlich geschmückt geschenke hat mir auch keiner geklaut jetzt ging der fernseher an ja jetzt ist der fernseher kaputt nicht schlimm das stört uns gar nicht denn wir gehen jetzt in level 2 das war's crazy that word hath 3 daemon zilons i never understood why they needed the serbs anyways a cyberlin lord was Leute, so schnell kann ich ihn nicht lesen. What happens in here is that thing? Ja. Jetzt ring ich mich mal durch, etwas zu lesen. Oh oh. Und dann geht das so schnell. Oh, das sind böse Drachen. Das ist eine Schule. Nein. Oh, da ist der böse Lord. Piu, piu. Ich kille ich noch. Oh. Ach, wir werden wieder abgebeamt. Wow. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schwer wieder. Ich sterbe. So, wo kommen wir jetzt denn gleich hin? Da bin ich ja echt mal gespannt. Wir hatten ja auch, glaube ich, noch ein Menü, oder? Okay, da komme ich jetzt von nicht rein. Dann starten wir mal. Oh, das ist wohl der Schulhof. Wann sind die denn da? Ach, die tauschen ja so Pokémon-Karten oder so. Oh, cool, so ein Ding hatte ich auch. Er hangelt da erstmal am Baum. Guck mal, das ist eine Streberin. Ii. Ja, und du liest den Playboy, ist klar. Mit einer 3D-Brille. Jo. Damit die Hupen größer aussehen. Mhm. Und er pennt da auf dem Spielfeld. Wie geil. Was haben wir denn hier? Oh, Pausenbrot. Mit lecker Tomate und Käse. Mhm. Oh. Ein Walkman. Okay, lass nochmal an. Und dann zocken wir mal, ja. Nein. Meine Pixel, meine Pixel, meine Pixel, meine Pixel. Wah. Okay, geht doch schon gut los hier. Samma. At the end of our show, we're going to give you a quick... Wir haben einen Aufwand, wenn esемся würde. Okay. Äh. Ja. Ja. Wuuu. Wooh! Das ist aber... Yeah! Gestorben! Das war der Fisch... Hm? Kann ich da noch irgendwas machen in dem Rockman? Oh. Oh, da hinten ist noch einer. Okay. Stop. No. Oh, no, no, no. What? Oh. Nein. Menuh. Oh. 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 Shit. Oh. 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 Woa! 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 Ihr Schweine! Wenn ich da langsam langlaufe, ist ja auch doof. Woa! 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 Geh her, das ist ja schuldig. Oh oh. Oh Gott. Was ist jetzt los? Protect the pits. Achso, oh mein Gott. Achso, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool, ey. Oh mein Gott. Habe ich jetzt alle? Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, das Hühnchen darf ich nicht abschießen. Oh, das ist ein Hühnchen. 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 Das war's für heute. Achtung! Alter Falker! Ha ha ha! Du Arsch! Okay. Was war denn wohl der Direktor? So, dann haben wir das Level wohl auch geschafft. Wir haben da dann durchgegängt. Oui, oui! Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ja. Och, wie geil. Hat er mich jetzt geknutscht? Ach, okay. Das war nur ein Traum. Ja, 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 ja. So, ja, ihr Lieben, das soll es jetzt gewesen sein von Pixelrip1989? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!